Anna Iflender und Michael Schüller gehen getrennte Wege. Der Couple-Challenge-Star und die Love Island Beauty lernen sich in der vergangenen Staffel von Are You The One? Reality Stars In Love kennen. In der Kuppelshow gehen die beiden Influencer durch Höhen und Tiefen. Doch so richtig klappt es damals noch nicht. Erst nach Ende der Dreharbeiten finden die beiden zusammen und bestätigen im Oktober, sie sind tatsächlich ein Paar. Doch ihr Liebesglück soll nicht lange halten. Vor wenigen Tagen geben Anna und Micha ihre Trennung bekannt. Ja, die Gerüchte sind wahr. Micha und ich haben uns kurz vor Weihnachten getrennt. Schreibt die Blondine in ihrem Statement. Das Liebesaus machen die Reality-TV-Stars aber nicht direkt publik. Wir wollten es beide erstmal sacken lassen und uns die Zeit für uns selbst nehmen. Stellt der Hottie klar. Was die Gründe für die Trennung sind, geben die beiden bislang nicht preis. Ob sich Anna und Micha noch dazu äußern, bleibt wohl abzuwarten.